Hallo ihr Lieben, hier mal was Positives aus der BILD-Zeitung. Die beste Pille für die Gesundheit sind positive Gefühle. Wie nett sein uns gesünder und bis zu sieben Jahre länger leben lässt. Freunde haben, ganz wichtig, wer seine Freundschaften pflegt und Kontakt zu vielen Menschen hält, hatte in einer australischen Langezeitstudie ein 22% geringeres Sterberisiko. Lächeln. Lachen und Lächeln stärkt das Immunsystem, ist ja bekannt. Senkt den Blutdruck. Eine Studie zeigte, dass Menschen, die oft lächeln, im Schnitt sieben Jahre länger leben, als Menschen, die selten lächeln. Gut zuhören. Wer gut zuhören kann, ist achtsamer und macht andere gesünder. Ist wahr. In einer Langzeitstudie war das geistige Alter von Menschen, die jemanden haben, der ihnen zuhört, im Schnitt vier Jahre jünger, als das von anderen. Danke sagen. Ganz wichtig. Wer sich täglich darin übt, dankbar zu sein, ja, und danke zu sagen, hat laut Studien ein geringeres Risiko für Depressionen, Ängste und Herzkrankheiten. Nett sein. Wir sind soziale Wesen. Wer regelmäßig nett und herzlich zu anderen Menschen ist, ja, lebt glücklicher. Auch wenn es nur nette Worte in der Schlange am Supermarkt sind. In diesem Sinne, euer Andreas Mohr aus Kirn.